Hey, stopp, bevor du wegklickst, du bist hier genau richtig, du erwartest dieses Video, weil ich und mein Bruder, der Lothar, werden zusammen gemeinsam singen. Es ist sehr lustig, ich verrate nicht mehr, also schau dir das ganze Video an und viel Spaß. Ciao. Ich bin der Jonas und viel Spaß mit dem Video. Hey, grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video, wieder auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder zu Gast, meinem Bruder. Kommst. Hallo. Genial, passt. Jedenfalls, heute werden wir singen. Schauen wir mal, wie es abläuft. Vielleicht ist es inspiriert, vielleicht macht es Comedy, vielleicht ist es lustig, ich weiß es nicht, aber wir schauen, wir werden unser Bestes tun und heute richtig schick gekleidet in Anzug. Wir singen nämlich da einen Song von Udo Lindenberg mit Apache, Komet. Damit haben wir extra Karoike, Musikbox, Mikrofon. Schaut mal. Hallo, Test, Test. Hallo. Passt. Man hört alles, ist super. Hallo. Funktioniert dein Mikrofon? Ja. Passt. Super. Alles klar, dann lasst uns starten und wir fangen an. Ich hör die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rausschmiss. Seit schon lang nicht mehr, die Jahre, die dicht im Dichten raus ist. Hier war vorher mal ne Handelbar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für mich mal leh. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Und wenn ich geh, dann so wie ich gehe, dann so wie ich gehe, dass ich für mich mal leh. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Also bitte setz mich nicht zu Hause, aber nein, sie soll sie. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für mich mal leh. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Führst du das weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für mich mal leh. Lass uns nochmal aufdrehen. 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 Bist du so weit weg von der Cam? Letzter. Du bist besser. Also, das war jetzt vom Komet, Apache. Und jetzt sind wir... Ähm, ich lehre gut zu. Komplett andere. Ähm, ja. Weiß es nicht. Ding. Ich hab noch haufenweise den Ruf von mir hier im Haus gestehen. Ich hoffe, du bist nicht wichtig, wenn wir beide in der Schatz ausgehen. So viele Flaschen sind dabei. Ich hab noch haufenweise den Ruf von mir hier im Haus gestehen. Ich hab noch haufenweise den Ruf von mir hier im Haus gestehen. aus! Krass, wir sind pensionierend. Und selbst voll an Tränk. Du liegst besoffen im Gartenteich... Die W parar-ache, dass der ihres Härungen trägt... erten uns eigentlich derовали polinerUI-Träger-Träger-Träger-Marsch-Klorat. ... Die Welt ist egal. Ich hab noch haufenweise den Ruf von mir hier im Haus gestehen. Im Haus kann ich stehen, im Haus kann ich stehen, wenn die Gute wieder aufrechnen. Aufrechnen, jetzt bin ich ein Leid, von mir am Morgen zum Leid. Im Haus kann ich stehen, im Haus kann ich stehen, im Haus kann ich stehen, wenn die Gute wieder aufrechnen. Oh Gott! Euch hat es gefallen und es war lustig? Genau. Ciao, ciao! Nächstes Mal wieder einschalten und abonnieren nicht vergessen. Und wir sind dann wieder zusammen dabei! Also tschau! Tschau tschau! Tschau tschau! Guck mal! Ah ja, gut. Äh... Wollt ihr ein bisschen? Zeigen wir uns? Können wir noch innen? Ja, ich... Ja, so schön kann man da drin sein. Wollen wir mal zurück. Seht mal, oder? Passt! Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaut hast. Heute sind wir mal zusammen wieder. Ich hoffe, euch hat das letzte Zusammenvideo gefallen mit der Lasagne. Jetzt sind wir auch wieder zu zweit. Und heute werden wir mal singen. Jetzt können wir nur noch nicht sein, aber jetzt auch nicht lachen. Ja. Das ist so schwierig, oder? Das kriegen wir hier. Das kriegen wir hier, okay. Oh, Sympathie ist doch auch cool. Ja, ja. Wir kommen! Das kennen wir- Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020